Wieso sollte man über Berge reden, die kaum ein Mensch kennt? Und über Berge reden, die in Europa niemanden berühren? Vielleicht genau deshalb, weil wir so viele besondere und eindrucksvolle, aber auch historisch interessante Orte dieser Welt nicht ansatzweise kennen. Deshalb geht es heute um den Taranaki. Willkommen zu Berge im Portrait. Der Mount Taranaki oder auch kurz nur Taranaki genannt, hat eine interessante Geschichte, eine interessante Geologie und eine ebenso interessante Form. Aber fangen wir beim Offensichtlichen an, der Form. Schaut man sich den Taranaki von der Seite an, dann wirkt er für die Kenner dieser Serie sofort wie ein Vulkan. Und das ist er auch. Er ist ein sogenannter Schichtvulkan. Tatsächlich ist er aber in seiner Optik immer etwas tückisch. Denn fotografiert man ihn aus dem richtigen Winkel, dann ist er einer der wenigen Berge, die einen perfekten Spitzkegel darstellen würden. Fotografiert man ihn dann aber von der südwestlichen Seite, dann sieht man plötzlich, dass er gar nicht so allein ist. Er hat nämlich noch einen kleinen Nachbargipfel, das ist der Phantoms Peak. Der Taranaki ist lediglich 2.518 Meter hoch. In den Alpen würde er also im Sinne der Höhe als ein unscheinbarer Hügel herumstehen und unter den zahllosen Gipfeln untergehen. Jedoch steht der Taranaki auf Neuseeland und zwar auf der Nordinsel an der Westküste. Hier steht er tatsächlich relativ frei, was diese 2.518 Meter natürlich auch dementsprechend sehr beeindruckend macht. Und nicht nur das, auch sein Vulkandasein für sich allein ist sehr spannend. Der Taranaki ist nämlich zuletzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts aktiv gewesen. Dabei gab es zwar keinen konkreten Ausbruch, aber es entstand ein sogenannter Lavadom. Heißt, der Vulkan ist durchaus noch am Arbeiten und laut Experten auch overdue. Es wird damit gerechnet, dass es am Taranaki die nächsten 50 Jahre zu einem Ausbruch kommen wird. Dieser könnte dann die Energieversorgung, die Wasserversorgung und den Flugverkehr auf der Nordinsel komplett lahmlegen. Doch so weit ist es heute noch nicht. Trotzdem ist der Taranaki auf seine ganz eigene Art wunderschön. Wunderschön. Schaut man sich dieses Bild von der NASA an, dann sieht man, wie perfekt dieser Vulkan eigentlich liegt und wie sich das gesamte Ökosystem und die Menschen daran anpassen. Der Mount Taranaki heißt eigentlich tatsächlich Taranaki, aber erwähnt werden sollte, dass er auch einen anderen Namen hatte und diese Geschichte wesentlich für die Geschichte Neuseelands ist. Denn viele Menschen kennen diesen Berg auch unter dem Namen Mount Egmont. Denn Captain James Cook persönlich, nachdem übrigens auch der Aoraki, der höchste Berg Neuseelands, benannt wurde, den er aber übrigens selbst nicht selber entdeckt hat, gab dem Taranaki seinen Namen und nutzte dabei den Namen von John Percival, dem zweiten Earl of Egmont. Lustigerweise gibt es zum Taranaki aber auch die spannende Trivia, dass der Taranaki zwei Jahre später von einem Franzosen ebenfalls gefunden wurde und von diesem als Peak Masquerain betitelt wurde. Er wusste natürlich nichts vom bereits vergebenen Namen durch Captain Cook. Nun muss man aber wissen, dass sowohl der eine als auch der andere Name quasi unrechtmäßig ist, wenn man den eigenen Logiken von James Cook denn folgen möchte. Denn der Taranaki heißt Taranaki, weil ihn die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, genauso nannten. Taranaki heißt nämlich nichts anderes als leuchtend, was auf die leuchtenden steilen Schneeflächen bei Sonnenschein zurückzuführen ist. Und da die Ureinwohner schon deutlich länger den Namen vergeben hatten, war auch irgendwann Mount Egmont schließlich Geschichte. Das alles klingt nach einer ganz schönen Geschichte, doch es gab auch sehr dunkle Seiten am Taranaki. Den sogenannten zweiten Taranaki-Krieg. In den 60ern des 19. Jahrhunderts kam es nämlich im Taranaki-Bezirk zum Krieg zwischen den Maori und dem New Zealand Government, was damals unterm Strich die Briten waren. Sie wollten nämlich sämtliches Land auf den Inseln für sich beanspruchen und dementsprechend nutzen. In der Region um den Taranaki wehrten sich die Ureinwohner aber dagegen. Das führte zum ersten Taranaki-Krieg, der äußerst brutal und natürlich auch sehr unfair geführt wurde. Nach Ende des Kriegs blieben aber trotzdem viele offene Fragen. Sodass daraus dann der zweite Taranaki-Krieg resultierte. 5000 Soldaten der Kolonie standen 1500 Maori, darunter weit mehr als die Hälfte Frauen und Kindern gegenüber. Ein Krieg, der letztlich nur zu verlieren war. Nachdem der Berg und das Umland an die Briten gingen, wurde der Berg letztlich auch erstbestiegen. Ernst Diefenbach und James Herberley waren 1839 die beiden Erstbesteiger. Danach berichteten sie von ihren Entdeckungen beim Königshaus und wurden just daraufhin gleich angestellt, um die Region rund um den Taranaki wirtschaftlich bestmöglich zu nutzen. Denn der Taranaki bot durch sein scheinbar endloses Süßwasservorkommen perfekte Verhältnisse für die Landwirtschaft des Königreichs. Und dieser Plan wurde von ihm und der New Zealand Company letztlich auch umgesetzt. Erst 1978, also weit über 100 Jahre später, wurde die Region offiziell wieder den Maoris übergeben und überlassen. Ein besonderer Berg war also letztlich wieder in den Händen jener, die ihn zu schätzen, nutzen und dessen Fuß bewohnten. Genutzt wurde der Taranaki auch weiterhin für die Landwirtschaft, was aber der natürlichen Entwicklung Neuseelands zu einem naturverbundenen Tourismus keinen Abbruch tat. Denn gerade rund um den Taranaki entwickelte sich eine sehr nachhaltige Tourismuskultur. Über die Jahre wurden einige Straßen, die zum Taranaki verlaufen, errichtet, aber nur drei kommen dem Taranaki auch wirklich etwas näher. Heute gibt es viele Umrundungen und Tracks in der Region zu den schönen Aussichtspunkten. Besteigungen des Taranaki-Hauptgipfels sind seltener, als man es von einem so prominenten und auch schönen Berg erwarten würde. Nur zu kurzen Zeiten im Jahr ist der Aufstieg halbwegs einfach. Er führt immer über die Nord-Ost-Flanke zum Gipfel und ist im Januar und Dezember teilweise auch sehr schneefrei. In der restlichen Zeit ist der Taranaki aber durchaus auch ein anspruchsvoller Berg, der volle alpine Ausrüstung und vor allem sehr viel Erfahrung mit dem Wetter voraussetzt. Denn als Berg, der küstennah in Neuseeland liegt, ist er das Fangnetz für alles, was das Meer zu bieten hat. Extrem hohe Windgeschwindigkeiten und starke Unwetter, die gerne mal in wenigen Minuten vom Ende der Sichtweite über den eigenen Kopf ziehen, sind da die größten Herausforderungen, wenn es um eine Tour auf den Taranaki geht. Diese schnellen Wetterwechsel und das ausgewogene Klima vor Ort sind aber gleichzeitig der wichtigste Grund für die extrem grüne und ursprüngliche Natur in der gesamten Umgebung. Nicht ohne Grund ist für die Maori dieser Berg mehr als nur ein Vulkan. In der Mythologie nimmt der Taranaki als ein Berggott Platz. Doch dieser kam mit einem anderen Berggott, dem Tongariro, in einen Streit um die Liebe von Pianga, ebenfalls einem Berg. Taranaki flüchtete in seinem Zorn vor den anderen Bergen. Er ließ sich an der Küste nieder, um in der Sonne zu verweilen, wobei er im Schlaf von den anderen Bergen letztlich umringt und dann eingeschlossen wurde. Aus seinen Wunden entsprang dann schließlich der Wanganui River. Dieses Drama in der Geschichte der Maori ist für die Welt laut ihnen aber wichtig, denn erst wenn die Berggötter sich wieder vertragen haben und geeint sind, wird auch auf der restlichen Welt der Frieden einkehren. Ob man an Kokolores glaubt oder nicht, eigentlich eine ganz schöne Geschichte für klein und groß. Der Taranaki ist ein formschöner und auch außergewöhnlicher Berg. Ihm prägt keine äußerst dramatische und spannende Geschichte, was die Erstbesteigung betrifft. Aber die Bedeutung des Taranaki geht auch viel weiter, als man bloß mit einem Mann auf einem Gipfel darstellen könnte. Für viele Menschen, die Maori nämlich, bedeutet dieser Berg mehr, als wir westlichen Bergsteiger es uns vorstellen können. Und die Tatsache, dass er nach so vielen Jahren in kolonialer Gefangenschaft wieder zu denen gehört, die ihn so schätzen, ist natürlich auch ein wichtiges Symbol. Der Tourismus rund um den Taranaki wird natürlich mehr. Gleichzeitig ist gerade Neuseeland und der Alpinismus in Neuseeland noch nischig genug, dass man letztlich noch ruhige Momente um und vor allem auf diesem Berg genießen kann. Wenn euch die heutige Episode von Berge im Porträt gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch und die Unterstützung dieses Formats in Form eines kleinen Kaffees. Alle Informationen dazu findet ihr hier eingeblendet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer natürlich eine wunderschöne Zeit und Bergheil!